Jeder muss erkennen, ob er groß genug ist, alleine zu gehen. Und deswegen ist es für die meisten von uns richtig, zusammenzugehen. Sei es im Geschäft, um Synergieeffekte zu haben, dasselbe gilt in der Politik. Und deswegen muss man zusammenhandeln, um das meiste für sich dabei herauszuholen. Und so ist es auch im Geschäft der Hinhebung. Also bislang fand ich es sehr, sehr gut. Es war sehr kompakt, gute Speaker, gute Informationen. Ich glaube, dass dieser Mix aus sich vernetzen in den persönlichen Gesprächen und aber auch so Vorträge, um dann auf der Messe nachher nochmal so ein bisschen ins Detail zu gehen, ist eine tolle Kombination. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020